Erich Gutenberg ging von der empirischen Relevanz sogenannter Preislagen aus. Kunden ordnen dabei Produkten mit unterschiedlichen Qualitäten ein Preis-Leistungs-Verhältnis zu. Eine Preislage charakterisiert dann ein Preisintervall, innerhalb dessen der Kunde dieses Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem bestimmten Anbieter als gewahrt ansieht. Die Preislage eines Anbieters ist im Preismengendiagramm durch das Preisintervall mit der Preis-Obergrenze PUG und der Untergrenze PUG gekennzeichnet. Innerhalb dieser Preislage bleiben die Kunden dem Anbieter treu. Erhöht der Anbieter den Preis über PUG hinaus, dann wandern nach und nach Kunden zur Konkurrenz ab. Senkt der Anbieter den Preis unter PUG, so zieht dies Kunden von der Konkurrenz an. Die Größe des Preisintervalls hängt von dem akquisitorischen Potenzial des Anbieters ab, das zum Beispiel vom Ansehen der Firma, dem Kundendienst, den Liefer- und Zahlungskonditionen, dem Standort und den Produkteigenschaften innerhalb der Qualitätsklasse bestimmt wird. Welche Konsequenz hat die Existenz einer Preislage für den Verlauf der Preisabsatzfunktion eines einzelnen Anbieters? Kunden, die mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zufrieden sind, sehen keinen Grund, den Anbieter zu wechseln. In diesem Preisintervall bedient der Anbieter damit Stammkunden oder, wie es Gutenberg ausdrückte, latente Nachfrage. Auf Preisänderungen in diesem Intervall reagieren diese Kunden nur wenig. Die Nachfrage ist dort also relativ preisunelastisch. Wird die Preis-Obergrenze überschritten, dann sind die bisherigen Stammkunden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis unzufrieden. Ihre Loyalität gegenüber dem Anbieter sinkt und sie wandern zu Konkurrenten ab. Die Nachfrage reagiert daher im oberen Preisbereich wesentlich elastischer als innerhalb der Preislage. Unterschreitet der Anbieter mit seinem Preis dagegen die Untergrenze, dann beginnt eine Kundenzuwanderung. Deshalb verläuft unterhalb dieser Preislage die Preisabsatzfunktion wieder flacher.